Liebe Leute, liebe Musik, liebe Haber, heute habe ich gekriegt schreckliche Nachricht. Evgeny Nesterenko ist tot. Leider Corona-Virus schaut nicht, wer ist großer Sänger, wer ist kleiner Sänger. Er ist in Wien heute gestorben. Natürlich mache ich über Evgeny Nesterenko ein Video, wo ich erzähle, wie hat er Gesang gelernt, was für Sänger war er. Aber ich glaube, dass Sie alle kennen diesen Namen. Ich war Student von Evgeny Nesterenko. Er war auch mein Lehrer. Und natürlich für mich und für die ganze Opernwelt heute ist ein trauriger Tag. Wir erinnern Evgeny, Evgenyvich Nesterenko, ganz hell mit ganzer Wärme. Heute ist von uns gegangen ein wunderschöner Sänger, ein wunderschöner Künstler, ein wunderschöner Gesangspädagoge und natürlich ein wunderschöner Mensch. Das ist ein wunderschöner Künstler, ein wunderschöner Künstler. Das ist 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 ein wunderschöner Künstler. Vielen Dank.